So, guten Morgen! Wir sind wieder bei der Gleichheit in der Logik. Das hatten wir vom letzten Mal noch nicht ganz abgeschlossen. Logisch schließen mit Gleichheit, Teil 2. Und im letzten Video, was Sie sich hoffentlich schon angesehen haben, sonst wird dieses hier wenig Sinn ergeben, haben wir über Gleichheit gesprochen als nützliches Feature. Man kann damit konkret Dinge sagen in der Mathematik, aber man kann auch ganz allgemein das als logisches Ausdrucksmittel verwenden, zum Beispiel, um zu zählen, haben wir gesehen. Und ich hatte Ihnen erklärt, es ist eigentlich ganz einfach, ein spezielles Gleichheitsprädikat in die Logik einzubauen. Wir sagen einfach, das ist ein spezielles Prädikat und wir verlangen von nun an, dass alle Interpretationen dieses Prädikat auf eine ganz bestimmte Art und Weise interpretieren, nämlich so, dass es eben Gleichheit darstellt. Und wenn man das so macht, dann erfordert man natürlich etwas von den Interpretationen, das heißt, man verändert die Modelltheorie, die man für seine Logik verwendet. Man hat plötzlich eine besondere Bedingung für die Modelle, die man vorher nicht hatte. Und das kann natürlich sein, in der Regel ist es so, wenn ich die Modelltheorie verändere, dann entsteht damit eine neue Logik. Da entsteht ein anderer logischer Formalismus, der sich vielleicht subtil unterscheidet von dem, was ich bis dahin hatte oder vielleicht auch nicht subtil, vielleicht auch in großen, wichtigen Punkten. Bei uns haben wir aber gesehen, Gleichheit an sich macht gar nicht so große Unterschiede für die Logik erster Stufe, weil die Prädikatenlogik, so wie wir sie eingeführt haben, schon von sich aus stark genug ist, um die wesentlichen Merkmale von Gleichheit auszudrücken, sodass wir letztlich die Gleichheit zwar bequem verwenden können, aber gar nicht unbedingt brauchen in einem gewissen Sinne. Und was ich Ihnen da erklärt hatte, war, zuletzt waren wir stehen geblieben auf dieser Folie hier, diesen Satz, in dem gesagt wird, wenn wir eine Theorie haben mit Gleichheit, also eine Menge von Sätzen, in denen wir Gleichheit verwenden dürfen, mit dieser besonderen Semantik, und weiteren Prädikatensymbolen, die auch in der Theorie vorkommen, die sollen alle aus der Menge R sein, das ist also eine endliche Menge, und das ist eine endliche Theorie. Dann stellt sich heraus, dass diese Theorie genau dann erfüllbar ist, unter der speziellen Semantik der Gleichheit, wenn eine andere Theorie, die wir syntaktisch daraus abgeleitet haben, in der normalen Prädikatenlogik erfüllbar ist. Und diese andere Theorie, auch wenn sie hier mit einigen Subskripten daherkommt und etwas komplizierter notiert ist, ist letztlich ganz einfach. Sie besteht aus der ursprünglichen Theorie mit dem Gleichheitssymbol, ersetzt durch ein neues Prädikat. Das Ersetzen mache ich eigentlich vor allem deshalb, um ein bisschen zu entwirren, um ein bisschen klarer zu sagen, auf welcher Seite der Prädikatenlogik wir jetzt sind, mit eingebauter Gleichheit oder ohne. Deshalb ersetze ich die eingebaute Gleichheit durch ein anderes Symbol. Man könnte auch das gleiche Symbol nehmen. Es ist nur zur besseren Klarstellung der Unterschiede. Und um wirklich sicher zu sein, dass wir alle immer sehen, wenn dieses Symbol, dieses EQ-Prädikat vorkommt, dann ist das für uns ein normales Prädikat. Es ist keine eingebaute Gleichheit. Also ich ersetze einfach das Gleichheitsprädikat durch ein anderes Gleichheitsprädikat, reine syntaktische Operation. Und dann füge ich noch hinzu, diese Menge an Hilfssätzen, die ich mit EQR bezeichne. Das ist die Gleichheitstheorie für R. Und was das ist, das hatte ich Ihnen auch dargestellt. Da gehe ich noch mal kurz zurück. Die Gleichheitstheorie für R drückt letztlich aus, dass EQ, dieses Hilfsprädikat, auf der Menge der Prädikate R sich so verhält, wie Gleichheit sich verhalten würde. Das heißt, zunächst einmal ist es reflexiv, symmetrisch und transitiv, die Gleichheit, diese Hilfsgleichheit. Und sie hat außerdem diese wichtige Ersetzungseigenschaft, wenn irgendeine Beziehung gilt, mit irgendeinem XI an einer Stelle im Parameter und das XI stellt sich heraus als gleich zu einem Y, dann gilt die gleiche Beziehung auch mit den gleichen Werten, wobei ich nur das XI durch Y ersetze. Und das kann man natürlich fortsetzen. Nachdem ich jetzt, wenn ich jetzt hier herausgefunden habe, es gilt die Beziehung mit dem Y an der Stelle und es gibt jetzt aber vielleicht noch einen anderen Parameter, der gleich ist, also meinetwegen das XN könnte ja jetzt zu irgendeinem anderen Z gleich sein, dann kann ich natürlich den gleichen Satz nochmal anwenden und daraus schlussfolgern, dass auch die veränderte Version gilt mit Z an letzter Stelle. Also ja, diese Regeln hier, diese logischen Sätze sagen mir, dass ich ein einziges Argument durch ein Gleiches ersetzen kann, aber wenn ich die Sätze mehrmals hintereinander anwende, kann ich natürlich auch beliebig viele Argumente durch Gleiche ersetzen. Okay, und das nennt man Konkurrenz bezüglich der Prädikate in R. Okay, und was wir jetzt letztlich behauptet haben in diesem Satz, ist, dass diese Gleichheitstheorie die Gleichheit, die echte Gleichheit, gut genug beschreibt, als dass sie Erfüllbarkeit erhält. Einerseits in dem Sinne, dass alle Theorien, die mit echter Gleichheit erfüllbar sind, auch mit der Hilfsgleichheit, mit der simulierten Gleichheit erfüllbar sein sollten. Und umgekehrt, dass alles, was mit der simulierten Gleichheit erfüllt werden kann und auch diese Hilfsätze erfüllt, auch in der Lage ist, mit echter Gleichheit erfüllt zu werden. Ja, schon irgendwie noch strengere Anforderungen stellt. Ja, die echte Gleichheit verlangt, dass wirklich nur Elemente mit sich selbst in Beziehung stehen. Das ist die Identität und nicht diese EQ-Äquivalenz, ja, oder Konkurrenz, ein bisschen allgemeineres Ding. Also insbesondere mit EQ dürfen auch Elemente in Beziehung stehen, die nicht dieselben Elemente sind. Also es können zwei unterschiedliche Domänelemente in der Relation EQ stehen. Es muss dann nur eben symmetrisch, transitiv und konkurrent sich verhalten, damit alle Regeln, hier alle Sätze erfüllt sind. Okay, gut. Ich möchte also jetzt in diesem Video diesen Satz beweisen und dabei werden wir hoffentlich auch gut verstehen, wieso diese Konstruktion so funktioniert und auch noch ein bisschen darüber sehen, wie man sowas beweist. also Beweistechniken über solche Aussagen sind auch etwas, was nicht völlig offensichtlich ist, wo man vielleicht mal sehen muss, wie man sowas angehen kann, um da hinzukommen. Und damit auch so ein bisschen Methoden lernt, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Wege dahin zu verstehen, ist ja uns eigentlich immer noch wichtiger. Ergebnisse können Sie einfach im Internet nachschlagen, aber es selber machen zu können, ist eben viel mehr wert. Gut, das ist der Satz, den Sie gerade gesehen haben. T ist Erfüllbarkeitsäquivalent zu TEQ vereinigt mit der Gleichheitstheorie. Und ich möchte diesen Satz jetzt zeigen. Und dieser Satz ist eben diese Erfüllbarkeitsäquivalenz, also eine genau-dann-wenn-Beziehung. Das heißt, sie besteht im Prinzip aus zwei Implikationen. Einerseits, wenn T mit Gleichheit erfüllbar ist, dann ist auch diese Hilfstheorie erfüllbar. Und umgekehrt, wenn die Hilfstheorie erfüllbar ist, dann muss auch T mit Gleichheit erfüllbar sein. Ich zeige diese beiden Richtungen getrennt, weil sie unterschiedlich argumentiert werden. Das haben wir auch schon oft gesehen, wenn wir Beweise gemacht haben, die zwei Richtungen haben, dass wir die Richtungen erst mal getrennt anschauen. Manchmal kann man es auch zusammenfassen, das sieht man dann. Aber es ist, glaube ich, in den meisten Fällen sinnvoll, wenn man erst mal versucht, eine Richtung zu zeigen. Wenn das schon nicht gelingt, dann wird einem die gesamte Aussage auch nicht so leicht fallen. Okay, versuchen wir also erst mal die Vorwärtsrichtung. Und das stellt sich auch als die leichtere heraus. Also wir gehen mal davon aus, T, so wie es gegeben ist, ist erfüllbar mit dem echten Gleichheitsprädikat, in der Prädikatenlogik mit Gleichheit. Und ich möchte jetzt zeigen, dass die Hilfstheorie dann auch irgendwie erfüllt werden kann. Wie immer, wenn wir einen Beweis angehen, arbeiten wir uns erst mal recht mechanisch durch. Wir überlegen erst mal, was haben wir denn zur Verfügung. Wir wissen letztlich nur, dass T erfüllbar ist. Aber es hilft oft schon, wenn man sich das, was da geschrieben steht, noch mal verdeutlicht. Was bedeutet das? Was gilt denn da? Was heißt das denn, erfüllbar zu sein? Naja, erfüllbar zu sein heißt, es muss irgendein Modell dafür geben. Also eine Interpretation, die T wahr macht. Das heißt also, wir wissen, T hat ein Modell, ich nenne das mal I, welches T erfüllt. Und weil wir in der Prädikatenlogik mit Gleichheit arbeiten, muss dieses Modell I die besondere Interpretation für die Gleichheit verwenden, nämlich die Identität, die Diagonale hier. Also genau die binäre Relation, wo jedes Ding nur mit sich selbst in Beziehung steht und mit nichts anderes. Okay, das ist also das, was wir wissen. Das ist uns gegeben und wir möchten jetzt zeigen, dass diese Hilfstheorie auch erfüllbar ist. Wie geht man dabei vor? Naja, Erfüllbarkeit, das habe ich Ihnen gerade schon ausgeschrieben, bedeutet, dass es ein Modell gibt und die direkteste und einfachste Möglichkeit, also Erfüllbarkeit von etwas zu zeigen, ist, dass man ein solches Modell darstellt, es aufzeigt. Wie könnte also ein Modell aussehen für diese Hilfstheorie? Naja, was haben wir gemacht? Wir haben eine, dieses EQ-Prädikat, eingeführt als ein neues Prädikat und wir haben bestimmte Eigenschaften davon verlangt. Das macht unsere Gleichheitstheorie. Und die wichtigste Frage also, wenn wir jetzt ein Modell für die Hilfstheorie mit dem EQ suchen, ist, wie können wir dieses EQ interpretieren, damit ein Modell rauskommt? Und naja, gut, die Lösung ist relativ einfach. Wir haben ja schon ein Modell mit perfekter Gleichheit. also mit dieser Gleichheit hier, ja, das ist uns gegeben. Und wir wissen ja, EQ soll in seinen Eigenschaften diese perfekte Gleichheit simulieren. Das heißt, insbesondere alles, was wir in der Gleichheitstheorie folgen, gilt für die perfekte Gleichheit eher auch. Also, wir haben einen Teil der Eigenschaften von Gleichheit als Formeln aufgeschrieben. Und wir hoffen, dass das genug war, dass es ausreichend genau die Eigenschaften beschreibt für die Aussage. Aber sicherlich sind das, wie man leicht sieht, alles Eigenschaften von Gleichheit. Ja, Gleichheit ist reflexiv, symmetrisch, transitiv. Also die Identität reflexiv, symmetrisch, transitiv. Symmetrisch, transitiv ist ziemlich trivial, wenn man so eine Relation hier hat. Da kann nicht viel passieren. Die Ersetzungsregeln gelten auch, weil mit dieser Gleichheit kann man ja nur ein Element durch sich selbst ersetzen. Also nur durch etwas genau Identisches. Und das ist natürlich klar, dann ändert sich ja die Behauptung gar nicht. Dann steht in der Prämisse und der Konklusion dasselbe. Also sehen wir, die Gleichheitstheorie gilt für echte Gleichheit insbesondere auch. Das heißt also, wenn wir jetzt ein Modell suchen für diese Hilfstheorie, dann liegt es doch eigentlich nahe, dass man genau das Modell I nimmt, was wir schon haben. Nur, dass wir unser zusätzliches Hilfsprädikat EQ so interpretieren, wie die Gleichheit in I interpretiert. Und das machen wir. Also ich definiere mal so eine Interpretation. Und wie ich schon mal gesagt habe, es ist erstaunlich, wie schwer es vielen Teilnehmern in dieser Vorlesung immer wieder fällt, eine Interpretation anzugeben. Selbst wenn also die Interpretation nicht sehr kompliziert ist, aber einfach nur das Angeben der Interpretation, also die Frage, was gehört denn dazu, wenn ich eine Interpretation ausschreibe, das wissen viele leider nicht, stellen wir immer wieder fest in Prüfungen. und es ist wirklich nicht sehr schwierig. Aber es gehört zu einer Interpretation, man muss festlegen, welche Domäne sie hat, man muss festlegen, wie die Konstanten interpretiert werden, man muss festlegen, wie die Prädikate interpretiert werden. Das sind die drei Teile, die wir nur benötigen. Funktionen hatten wir nicht benutzt bei uns in der Prädikatenlogik bisher, also das reicht. Okay, die Domäne wählen wir gleich. Also das heißt, wir machen unsere neue Interpretation J, so dass sie dieselbe Domäne, dieselbe Grundmenge verwendet wie I. Interpretation von Konstanten unter J setzen wir gleich. Genau die gleiche Interpretation wie unter I für alle Konstanten. Interpretation von Prädikaten unter J setzen wir gleich für alle Prädikate, die interpretiert werden, außer für das Gleichheitsprädikat. Das Gleichheitsprädikat kommt ja gar nicht vor, eigentlich ist es egal, ich könnte es auch für das Gleichheitsprädikat zu setzen, aber es ist unnötig, das Gleichheitsprädikat hat in meiner Hilfstheorie keinen Platz und deshalb ist es auch nicht bedeutsam, das irgendwie zu interpretieren. Ich gehe davon aus, das ist gar nicht Teil meiner Signatur. Also es ist kein Prädikat für mich. Und zu guter Letzt, diese Hilfsgleichheit EQ, die neu hinzugekommen ist, die interpretiere ich so wie die Gleichheit, also als Identität. Also ich mache hier wirklich nichts weiter, als Gleichheit in EQ umzubenennen und das ist schon alles. Also im Prinzip das gleiche Modell wie vorher, aber Gleichheit heißt EQ, ansonsten ändert sich nichts. Dann gilt, behaupte ich, dieses neue Modell erfüllt die gleich, die Theorie mit der ersetzten Version der Gleichheit per Definition. Warum? Naja, weil ich einfach nur ein Prädikat umbenannt habe, aber es weiterhin gleich interpretiere wie vorher. Also wenn es vorher erfüllt war, gilt es auch weiterhin. und was ich auch argumentiert hatte, war, dass diese Hilfstheorie die Gleichheitstheorie erfüllt, weil alle Eigenschaften von Gleichheit durch diese perfekte Gleichheit gegeben sind. Und damit haben wir ein schönes Modell und es zeigt sich also, J ist ein Modell dieser Hilfstheorie und ist also insbesondere erfüllbar. Okay, so kann man das Schritt für Schritt machen. Und damit haben wir Erfüllbarkeit von einer bestimmten Theorie gezeigt. Natürlich war das in gewisser Weise die einfache Richtung. Wir haben ja gesagt, wir können die starke Logik mit Gleichheit, die so strikte Anforderungen an Gleichheit stellt, vereinfacht darstellen in der Prädikatenlogik, indem wir die Gleichheit nur simulieren und keine echte Gleichheit nehmen. Und das ist natürlich, was wir jetzt gemacht haben, war eigentlich die einfache Richtung. Wir haben gesagt, wenn es mit starker Gleichheit funktioniert, dann erfüllt es auch die Bedingungen der simulierten Gleichheit. Das ist natürlich klar. Das heißt, nur die starke Gleichheit ist gut genug, um die Simulationsanforderungen zu erfüllen. Umgekehrt ist es natürlich etwas spannender. Reichen die Anforderungen, die wir über Gleichheit simulieren, die wir axiomatisiert haben in unserer Gleichheitstheorie, reicht das aus, um alles zu bekommen, was die echte Gleichheit bekommen würde? Oder könnte es sein, dass unsere Forderungen zu schwach sind, dass vielleicht manchmal die simulierte Gleichheit irgendwie erfüllt werden kann, in einer Art, die aber nicht sich übertragen lässt auf echte Gleichheit, die also nicht gut genug ist, um Erfüllbarkeit in der echten Gleichheit sicherzustellen. Das könnte passieren. Ich habe ja nur ein paar Eigenschaften von Gleichheit rausgegriffen. Ich hätte ja noch weniger nehmen können. Hätte ich vielleicht nur gesagt, Gleichheit ist reflexiv und alles andere weggelassen. Das hätte nicht gereicht. Da kann man Gegenbeispiele finden. Das heißt, was wir jetzt wirklich zeigen müssen, ist, dass das, was wir haben, genug ist. Und in der Regel, wenn man so einen Beweis antritt und zu zeigen, dass das, was man hat, genug ist, dann möchte man natürlich in erster Linie eben gerade das zeigen, beweisen, dass es genug ist. Aber andererseits ist man natürlich auch daran interessiert, ob innerhalb des Beweises es wirklich so funktioniert, dass jedes Teil, was ich definiert habe, alle Dinge, die ich fordere, auch wirklich gebraucht werden. Also ich will nicht nur wissen, ist es genug, sondern auch, ist es wirklich nötig? Oder habe ich vielleicht irgendwas, wenn ich zum Beispiel Reflexivität zwar fordere in meiner Gleichheitstheorie, aber im ganzen Beweis niemals in Bezug darauf nehme, niemals irgendwas darüber sage, ja, das geht jetzt, dieser Schritt funktioniert wegen Reflexivität. Wenn das also so sein sollte, dann muss ich mich am Ende fragen, ja, vielleicht war die Reflexivität gar nicht nötig. Vielleicht hätte ich die weglassen können. Also das Wichtigste ist natürlich, dass man erst mal genügend starke Vorbedingungen hat, um überhaupt das Ergebnis zu zeigen. Aber im zweiten Schritt, wird man immer auch ein bisschen kontrollieren, habe ich denn alles gebraucht? Waren die Vorbedingungen nicht vielleicht zu stark, kann ich die Aussage noch stärken, indem ich meine Vorbedingungen abschwäche? Okay, aber hier sollte es genau passen. Dieser Satz hat genau die richtige Art von Vorbedingungen und wir sollten also alles, was die Gleichheitstheorie eingeführt hat, auch irgendwo benötigen. Okay, wir kommen also zur Rückrichtung. Wir wollen zeigen, wenn die simulierte Gleichheit und die Theorie, die sie benutzt, gemeinsam erfüllbar sind, dann gibt es auch ein Modell, welches die originale Theorie mit richtiger Gleichheit erfüllt. Nehmen wir also an, die Simulation ist erfüllbar. Dann gibt es wieder ein Modell. Ich nenne das gleich wieder J. Das ist das Modell auf dieser Seite. Auf der rechten Seite ist J. Das ist also das Modell für diese simulierte Theorie und jetzt möchte ich wieder, wie zuvor, ein Modell finden für die Theorie mit echter Gleichheit. Und die Herausforderung ist jetzt dabei, dass man natürlich unter simulierter Gleichheit, wie ich schon gesagt hatte, mehrere verschiedene Domänen-Elemente haben kann, die gleich sind in diesem simulierten Prädikat. Also die sind unterschiedliche Domänen-Elemente, aber werden als gleich kategorisiert oder werden als gleich gesehen von diesem Modell J, was wir hier haben. Aber wenn wir echte Gleichheit verwenden wollen, dann haben wir diese Freiheiten nicht. Dann muss jedes Ding nur zu sich selbst gleich sein. Wie können wir also von dem Modell, wo viele Dinge sich gleichen vielleicht, zu einem Modell kommen, wo immer nur ein Ding sich gleicht und trotzdem noch dieselben Anforderungen gelten, die wir gestellt hatten in der Theorie selbst. Und die Idee dabei ist ganz einfach, dass wir alle Dinge, die sich untereinander gleichen, verschmelzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben, was weiß ich, fünf Domänen-Elemente und die sind alle gleich untereinander. Und da das eine symmetrische und transitive Relation ist, sind die wirklich alle untereinander gleich. Also wenn es fünf Elemente gibt, von denen paarweise einige gleich sind, dann wird über Transitivität und Symmetrie es dahin kommen, dass alle diese fünf Dinge mit allen anderen in jeder Richtung gleich sind. Also es wird eine Clique, wenn Sie sich das mal als Graph vorstellen. Ja, und das sind also unsere Gruppen von untereinander gleichen Dingen. Und um jetzt zu dem Modell der Theorie mit Gleichheit zu kommen, wollen wir jeweils eine solche Gruppe von genau gleichen Elementen, von EQ-gleichen Elementen zu verschmelzen in ein einziges Element. Und dieses einzige Element, das wird dann das Element in der Domäne unserer Interpretation mit Gleichheit. Also das ist die Technik, die wir anwenden wollen, verschmelzen von gleichen Elementen. Okay. Jetzt ist die, wenn man diese Idee einmal hat, das ist eine gute Sache, dann ist die nächste Frage, wie erklärt man die jemandem? Wie schreibt man die mathematisch so auf, dass ein anderer das verstehen kann mit einem gewissen Grundverständnis von Mathematik. Ja, wenn ich so sage, ich verschmelze gleiche Elemente, das ist vielleicht nicht die richtige Sprache, ein bisschen blumig, weil in der Mathematik verwenden wir auch gern manchmal so blumige Ausdrücke, aber wir müssen sie auch ordentlich definieren. Also das ist schon wichtig. Und es gibt zum Glück ein Konzept, was dieses Verschmelzen schon ziemlich gut darstellt, nämlich das Konzept der Äquivalenzklassen. Ja, ich weiß ja, dass diese Relation eine Äquivalenzrelation ist. Ich habe gerade schon bei diesem Verschmelzenbild damit argumentiert, Symmetrie, Transitivität, die hilft uns. Reflexivität haben wir auch noch. Das heißt, wenn J diese Gleichheitstheorie erfüllt für EQ, dann heißt das, dass die Relation, als die J EQ interpretiert, diese binäre Relation, die muss eine Äquivalenzrelation sein, weil sie die ersten drei Sätze erfüllt. Und wir wissen, mathematisch Äquivalenzrelationen haben sogenannte Äquivalenzklassen. Also das, was ich gerade als Clique von fünf Elementen beschrieben habe, die einander allesamt gleichen, das nennt man mathematisch gesehen eine Äquivalenzklasse. Und wir schreiben in der Mathematik solche Äquivalenzklassen in der Regel mit so eckigen Klammern. Manchmal schätzt man noch irgendwas tiefgestellt dazu, wenn man mehrere Relationen hat und sagen, welche man meint. Wir haben hier bloß eine, da können wir es einfach so schreiben. Also das heißt, eckige Klammer mit Delta darin ist eine Kurzschreibung für die Menge aller Elemente Epsilon, die zu Delta gleich sind in dieser interpretierten Gleichheit. Also, wenn ich eines der fünf gleichen Elemente nehme zum Beispiel, dann ist die Äquivalenzklasse immer die Menge aller fünf. Das Element selbst ist immer selbst mit darin, wegen Reflexivität ist Delta selbst in seiner Äquivalenzklasse. und alle anderen Dinge sind auch direkt mit Delta verknüpft, wegen Symmetrie und Transitivität. Da kann ich von jedem Element der Äquivalenzklasse ausgehen und bekomme immer genau die gleichen anderen Elemente mit rein. Gut, das sind also die Äquivalenzklassen und Sie können sich jetzt vorstellen, dass die Domäne von J, also von dieser Interpretation, die die Äquivalenztheorie erfüllt, sich aufteilt in Äquivalenzklassen. Also haben wir mal hier irgendwie fünf, die gleich sind, da haben wir mal zwei, da sind mal eine Million oder unendlich viele, die gleich sind, wenn Sie mögen. Aber es sind jedenfalls, jedes Element in der Domäne von J ist in genau einer Äquivalenzklasse mit anderen Dingen, die zu ihm äquivalent sind. Kann auch alleine sein in seiner Äquivalenzklasse, ist auch okay. Und wichtig ist, es kann kein Element in zwei Äquivalenzklassen sein, die können sich nicht überlappen, weil in dem Moment, wo sich zwei Äquivalenzklassen überlappen, wegen Transitivität, würden sie verschmelzen. Ja, dann müsste alles in der einen mit allem in der anderen Äquivalenz sein und dann wäre es eine große Äquivalenzklasse. Okay, also jedes Ding kommt in genau einer Klasse vor, notfalls ganz allein. Okay, und so partitionieren also, sagen wir, wir partitionieren die Äquivalenzklassen die Domäne. Okay, so weit, so gut. Das heißt, wir haben jetzt eine große Menge, J, das ist die Grundmenge von J, die aufgeteilt ist in lauter Äquivalenzklassen. Und die Idee ist, dass I ein, also meine Interpretation, die ich für die Theorie mit Gleichheit erschaffen möchte, das soll jetzt eine Interpretation sein, die ich erhalte, indem ich diese Äquivalenzklassen alle zu einem Punkt jeweils verschmelze. Wie stelle ich diesen Punkt mathematisch dar? Naja, ich nehme einfach die Äquivalenzklasse selbst, nicht wahr? Also, ich führe jetzt keinen neuen Namen ein für die Verschmelzung von fünf Dingen, sondern ich nehme einfach die Menge mit den fünf Dingen selbst als, als verschmolzenes Ding. Ich betrachte einfach die Menge als Ganzes und sage, das ist jetzt ein Element meiner Domäne und ich schreibe Beziehungen zwischen diesen Elementen. Ja. Wie sieht das mathematisch aus? Wenn ich es aufschreibe, vor mal, ich nenne diesen Prozess, nennt man Faktorisierung, manchmal auch Quotientenbildung einer Struktur, in dem Fall halt einer Interpretation. Das ist im Prinzip dieser Prozessfaktorisierung, ist einfach der Prozess, bei dem ich Elemente einer Grundmenge ersetze durch ihre Äquivalenzklassen und alle Operationen auf Äquivalenzklassen hochziehe, wie wir hier gleich sehen werden. Ja, also was ich definieren möchte, ist also jetzt eine neue Interpretation I. Die Domäne von I ist die Menge aller Äquivalenzklassen, das heißt also nur noch eine Klasse pro, nur noch die Klassen werden betrachtet, nicht mehr die einzelnen Elemente. Und wie bekomme ich die Menge aller Äquivalenzklassen? Naja, ich schreibe für jedes Element Delta in der ursprünglichen Interpretation, nehme ich dessen Äquivalenzklasse. Es können aber natürlich viel weniger Äquivalenzklassen eventuell sein, als es Mengen Delta gab, ganz einfach, weil es für verschiedene Elemente Delta I und Delta II ja durchaus passieren kann, dass die Äquivalenzklasse die gleiche ist. Und wenn die zweimal in der Menge vorkommt, weil es eine Menge ist, gibt es hier keine Duplikate, dann fallen die beiden zusammen. Also hier haben wir nur die Klassen und nicht mehr eine 1 zu 1 Beziehung zu den Elementen, auch wenn das hier vielleicht auf den ersten Blick so scheinen mag. Okay, also meine neue Interpretation, eine Menge von Äquivalenzklassen, eine Menge von Mengen, wenn Sie so wollen, aber wir müssen die nicht mehr so sehr als Mengen sehen. Stellen Sie sich einfach als verschmolzene, zu einem Punkt gewordene Mengen vor. Wir gehen so weit weg, dass wir nur noch den Punkt sehen und nicht mehr die Inhalte. Das interessiert uns eigentlich kaum, was noch drin ist. Mit der Ausnahme, dass wir natürlich immer nur die Mengen aufzuschreiben, irgendeinen Vertreter nehmen müssen, Delta in dem Fall, um zu sagen, welche Äquivalenzklasse meine ich überhaupt. Wie interpretiere ich Konstanten? Naja, wenn eine Konstante C unter I interpretiert wird, dann interpretiere ich sie einfach als die Äquivalenzklasse, in der das Element liegt, was J C zugewiesen hätte. Also ich interpretiere C unter J, schaue, welche Äquivalenzklasse das fällt und das ist die Klasse, die CI dann hat. Und bei Prädikaten wird es ein bisschen länger, aber auch nicht komplizierter. Wir haben also ein Prädikat stellt eine Relation dar, ein beliebiges Prädikat mit Stelligkeit N, eine n-stellige Relation und ich sage einfach, das Prädikat ist die Menge aller N-Tupel von Äquivalenzklassen für Delta 1 bis Delta N, bei denen es ein Tupel Delta 1 bis Delta N gibt, was in der J-Interpretation von P liegt. Also das heißt, wenn eine bestimmte Menge an Elementen in Beziehung P stehen in J, dann stehen ihre Äquivalenzklassen in der gleichen Beziehung in I. Und das kann man sich vielleicht am leichtesten vorstellen, wenn man sich zweistellige Prädikate vorstellt. Ja, sie haben also zwei solche Mengen von untereinander äquivalenten Elementen, zwei Äquivalenzklassen. Nehmen wir die von vorhin mit fünf Elementen darin und vielleicht eine andere mit zwei Elementen darin und Sie stellen sich jetzt vor, Sie haben also zwischen einem Element aus der Fünferklasse und einem Element aus der Zweierklasse eine Beziehung P, zweistellige Beziehung. Dann sagt die Regel, die ich Ihnen gerade hier aufgeschrieben habe, dass es in der Interpretation I zwischen den beiden Klassen eine Beziehung P gibt. Und das an sich könnte man einfach so stehen lassen, aber wir können an der Stelle auch gleich noch bemerken, dass natürlich unsere EQ-Relation, die benutzt wird für die Äquivalenzklassen, ja auch eine Konkurrenzrelation ist bezüglich P. Das waren die letzten Regeln der Äquivalenz, der Gleichheitstheorie, die ich benutzt habe. Und Konkurrenzrelation heißt, dass ich also Gleiches mit Gleichem ersetzen darf innerhalb aller Relationen. Das heißt, wenn also ein Element aus meiner Fünferklasse mit einem Element aus der Zweierklasse in Beziehung steht und das Element aus der Zweierklasse ist aber, weil da zwei Elemente drin ist, ja gleich dem anderen, was da drin ist, dann steht das Element aus der Fünferklasse auch mit dem anderen Element in Beziehung. Und umgekehrt, weil die fünf Elemente in der Fünferklasse ja alle gleich sind, ist es auch so, dass natürlich die auch jeweils alle mit den Elementen der Zweierklasse in Beziehung stehen müssen. Ich kann jedes davon ersetzen anstelle des Elementes, mit dem ich angefangen habe. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie irgend so eine Situation haben, dass ein Element einer Äquivalenzklasse mit einem Element der zweiten Äquivalenzklasse in Beziehung steht, in Beziehung P, dann heißt das wegen der Konkurrenz, dass alle Elemente der ersten Äquivalenzklasse mit allen Elementen der zweiten in Beziehung stehen müssen. Das heißt, wenn Sie sich das mal grafisch vorstellen wollen, haben Sie vielleicht hier die Menge der fünf Elemente und hier haben Sie die Menge der zwei Elemente und die werden, jedes wird mit jedem in Beziehung stehen. Wenn es überhaupt eine Beziehung gibt, dann müssen Sie komplett verkettet sein, verknüpft sein, wegen Konkurrenz. Und wenn wir jetzt verschmelzen, dann heißt das nur, dass wir aus diesem Bündel von Beziehungen, die von jedem zu jedem, von jedem auf der linken Seite zu jedem auf der rechten gehen würden, eine einzige Beziehung machen, die nur noch die beiden Äquivalenzklassen miteinander verbindet. Das ist das, was hier passiert. Okay, also ich hoffe, Sie haben Fantasie, um diese Beschreibung, die ich Ihnen hier gebe, als Animation bei sich im Kopf zum Leben zu erwecken und sich vorzustellen, wie also hier alles verschmilzt und sich die Elemente zusammenbilden. Okay, gut. Das ist also die Art, wie wir das aufschreiben. Ohne Animationen, wenn wir einen mathematischen Beweis angeben in einem Dokument. Okay, gut. Wir haben jetzt also I konstruiert. Das ist der wichtigste Schritt oft im Beweis. Wir haben gezeigt, wie wir im Prinzip hoffen, das Problem lösen zu können durch die Konstruktion von I. Und jetzt möchten wir natürlich noch zeigen, dass diese Konstruktion auch funktioniert. Das heißt, wir möchten zeigen, dass diese neu erschaffene Interpretation I, in der wir Äquivalenzklassen in Beziehung setzen, tatsächlich die Theorie T erfüllt in der Prädikatenlogik mit Gleichheit. Okay. Wenn Sie jetzt eine sehr gute Vorstellung von dem haben, was ich Ihnen bisher erzählt habe, dann sollte das für Sie irgendwie plausibel klingen. Vielleicht sogar offensichtlich. Vielleicht sagen Sie, ja klar, ist doch völlig logisch. Ich verschmelze die Dinge und alle Beziehungen, die vorher gelten, gelten doch im Prinzip immer noch. Dann müssen doch auch die gleichen Formeln, wenn ich die irgendwie verknüpfe, noch gelten. Ja, also das ist gut, wenn Sie das offensichtlich finden. Um einen Beweis daraus zu machen, müssen Sie aber noch genau sagen können, warum das so ist. Warum finden Sie es offensichtlich? Was ist für, warum ist das für Sie plausibel? Und das aufzuschreiben, Schritt für Schritt, um quasi jemandem zu erklären, das ist oftmals die Art, wie man zu beweisen kommt. Das ist eine Erklärtätigkeit. Erklärtätigkeit, ja. Auch eine didaktische Sache, so ein Beweis ist ja kein rein formales Objekt. Wenn wir einen mathematischen Beweis schreiben, ist das ja kein Computerbeweis hier, der rein als technische Struktur zu verstehen ist, sondern ein Beweis ist im Prinzip eine Geschichte, bei der wir versuchen, jemand anderen, der auch ausreichend viel Kenntnisse vom Fach hat, davon zu überzeugen, dass diese Gedankengänge schlüssig sind und Sinn ergeben. Also das ist immer noch von Menschen für Menschen. Das ist kein mechanisches Objekt. Also es geht ums Überzeugen. Okay, was müssen wir also jetzt tun, um in kleinen Schritten jemanden, der es noch nicht offensichtlich findet, davon zu überzeugen, dass tatsächlich diese Theorie durch unser neu konstruiertes I mit den verschmolzenen Elementen erfüllt wird. Naja, es stellt sich heraus, das ist ein ganz schöner Brocken, wenn man hier versucht, diese Theorie, die kennen wir ja nicht mal. Also irgendeine Menge von Sätzen soll jetzt erfüllt sein. Wenn man auf einen Schlag versucht zu zeigen, dass das gilt, das ist nicht so leicht. Also da weiß man gar nicht richtig, wo man anfangen soll. Und die Sätze können hier ziemlich groß sein, es können ziemlich viele sein. Wie gehe ich da ran? Und das stellt sich heraus, um da ranzugehen, muss ich vom Kleinen zum Großen arbeiten. Aber um vom Kleinen zum Großen arbeiten zu können, muss ich noch ein bisschen eine stärkere Behauptung beweisen. Nämlich eine, die ich Ihnen jetzt gleich erkläre. Wir zeigen also eine allgemeinere Behauptung. Das ist allgemein eine gute mathematische Taktik. Ja, wenn Ihnen ein Beweis zu schwer erscheint, dann beweisen Sie einfach etwas Stärkeres. Das hilft manchmal. Ja, manchmal ist der Beweis schwer, weil man noch nicht genügend von den Dingen, die einem offensichtlich scheinen, in der Sache, die man hier beweisen will, wirklich ausdrückt. Okay, gehen wir also noch einen Schritt weiter. Wir wollen noch ein bisschen mehr behaupten. Ich will jetzt noch Variablenzuweisungen ins Spiel bringen. Sie erinnern sich, Variablenzuweisungen? Das brauchen wir immer dann, wenn wir freie Variablen haben. Also wenn wir in der Formel eine nicht quantifizierte Variable haben, dann müssen wir die irgendwie als Element der Domäne interpretieren. Deshalb brauchen wir eine Variablenzuweisung, sonst wissen wir nicht, was die Formel bedeutet. Hatten wir hier bisher nicht, weil es waren ja Theorien. T und TEQ und die Gleichheitstheorie, das sind alles Theorien, die also nur geschlossene Formeln enthalten und dementsprechend keine Variablenzuweisungen brauchen, um interpretiert zu werden. Okay. Warum wir jetzt welche brauchen, wird sich aber gleich herausstellen. Okay, also wie können wir mit Variablenzuweisungen umgehen? Erstmal stellt sich heraus, wir können diese Verschmelzung von Elementen, die wir durchgeführt haben, auch mit variablen Zuweisungen durchführen, eben genau der gleichen Art und Weise. Wenn ich eine beliebige Zuweisung Z für meine Interpretation J, die also die unverschmolzenen Elemente enthält, in der simulierten Gleichheit, habe, dann kann ich mir eine Zuweisung Z' definieren, die für meine verschmolzene Interpretation funktioniert, indem ich einfach sage, für jede Variable X soll Z' als Wert genau die Äquivalenzklasse haben, des Wertes, den Z für X hätte. Ist also im Prinzip genau das, was wir schon mit Konstanten gemacht haben. Ja, die Interpretation einer Konstante in I war die Interpretation einer Konstante in J und davon die Äquivalenzklasse. Genauso ist hier die Zuweisung einer Variable in I ist die Zuweisung in J, aber davon die Äquivalenzklasse. Gut, also dieses Strich hier soll sagen, wir gehen von dem Simulierten zum Verschmolzenen. Okay, das machen wir mit variablen Zuweisungen und jetzt habe ich hier meine stärkere Behauptung. Ich behaupte, für jede Formel F der Prädikatenlogik mit Gleichheit, jede Formel, nicht nur welche in der Theorie, nicht nur geschlossene, alle. Für jede Formel F der Prädikatenlogik mit Gleichheit und jede Zuweisung Z für meine Interpretation J gilt. J und Z erfüllen F unter Ersetzung von echter Gleichheit mit EQ. Genau dann, wenn I mit Z' das originale F erfüllen. Okay, also das heißt, die Aussage, die wir haben in der Struktur, ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir eigentlich beweisen wollen. Wir wollen ja zeigen, und das steht hier auch nochmal, dass I die Theorie erfüllt, wenn J die simulierte Theorie erfüllt. Und im Prinzip steht das hier, J erfüllt etwas, wenn I, genau dann, wenn I etwas erfüllt. Aber weil ich jetzt nicht nur geschlossene Formeln betrachte, muss ich hier noch ein Z hinzunehmen und das Z muss dann entsprechend auch seine Werte verschmelzen, damit es für I Sinn ergibt. Okay, also Erfüllung auf der einen, unverschmolzenen Seite ist gleich Erfüllung auf der verfolzenen Seite. Das ist das, was wir zeigen wollen für alle Formeln F. Okay, und das reicht, um die Gesamtbelegbehauptung zu beweisen, denn wenn das für alle Formeln gilt, dann gilt es auch für alle Formeln meiner Theorie. I und diese Formeln sind Sätze, das heißt, sie haben keine freien Variablen, das heißt, ich kann das Z weglassen, das macht dann keinen Unterschied. Und wenn man also das Z hier weglässt, auf beiden Seiten, dann steht da J erfüllt FeQ, genau dann, wenn IF erfüllt. Und wenn das für alle Elemente von T gilt, dann gilt es für T insgesamt. Und das ist das, was ich zeigen will. Ich will ja am Ende damit herausbekommen, dass I die Theorie T erfüllt. Okay, also stärkerer Satz für noch mehr Formeln, als ich eigentlich betrachten muss. Aber dafür gibt es mir einen besseren Ansatzpunkt. Werden wir gleich sehen, wie. Okay, ich will also diesen Teil zeigen. Gut, das ist nur die Wiederholung, nochmal dieses gleichen Behauptung. Das soll gelten. Wie kann man so eine Behauptung zeigen? Und da ist jetzt ein Muster zu erkennen, was man erkennen sollte. Hier steht für jede Formel F der Prädikatenlogik mit Gleichheit und jede Zuweisung Z für J gilt. Also insbesondere für jede Formel F. Und wenn wir so ein Schema haben, für jede Formel F, dann ist das natürlich eine Aussage über unendlich viele Formeln, die potenziell unendlich groß sind. Und natürlich ist es, wenn wir über Erfüllung einer Formel reden, auch wichtig zu wissen, wie genau die Formel aussieht. Also man kann schlecht argumentieren, wenn man nicht weiß, ist das jetzt eine Konjunktion, ist das eine Dissjunktion, ist da was negiert drin. Also einfach ganz allgemein über Formeln sprechen ist schwierig. Man müsste wissen, wie sie aussieht. Aber natürlich, es gibt unendlich viele Formeln, die können irgendwie verschachtelt sein. Alle sehen anders aus. Wie kann ich also jetzt einen Beweis konstruieren? Und die Idee ist, dass wir in solchen Fällen Beweise konstruieren, indem wir nicht den vollen Beweis für jede denkbare Formel angeben, das wären viel zu viele, sondern vielmehr einen Algorithmus spezifizieren, mit dem man den Beweis ermitteln kann. Die Formeln sind ja alle rekursiv aufgebaut. Sie bestehen immer aus den gleichen Bestimmungsstücken, haben bestimmte Operatoren und irgendwann am Ende sind Atome zu finden. Und ich möchte jetzt einfach aus einer, für eine bestimmte Formel einen Beweis, eine Argumentation konstruieren, egal wie groß die Formel ist, indem ich einfach abhängig von der Struktur der Formel rückwärts gehe sozusagen. Und bis ich irgendwann bei den Atomen ankomme und dann hoffentlich den gesamten Beweis da stehen habe. Okay, das ist jetzt die, das ist die Informatikersicht. Die Mathematikersicht ist ein bisschen anders. Mathematikerinnen würden das vielleicht so sehen, dass sie von Induktion sprechen, nicht wahr? Also wir gehen vom Kleinen zum Großen und nicht die Rekursion. Wir haben keinen Algorithmus, der einen Beweis konstruiert, sondern wir bauen Beweise von unten her auf und beweisen für immer größere Mengen von Formeln die Aussage und zeigen, dass das beliebig fortgesetzt werden kann, bis es für alle Formeln bewiesen ist. Das heißt, in der Mathematik fängt man mit den kleinsten Fällen an, wo beim Programmieren ja oft auch, wenn ich rekursiven Algorithmus programmiere, fange ich vielleicht auch oft mit den Fällen an, in denen die Rekursion endet. Ja, sollte es geben, sonst habe ich ein Problem. Okay, also ich möchte jetzt diese Behauptung über alle Formeln zeigen, indem ich sie schrittweise für jede Formel abhängig von ihrer Struktur zeige. Und dabei beginne ich mit den kleinsten Formeln, die es überhaupt gibt, das sind die Atome natürlich, ja. Induktion über den Aufbau von Formeln nennt man diese Technik. Und der Induktionsanfang ist, ich betrachte eine atomare Formel f, die hat, ja, diese allgemeine Form, irgendein Prädikat mit Termen t1 bis tn dahinter. Gleichheit möchte ich ja ausschließen, obwohl Gleichheit natürlich vorkommt, ja. Aber das interessiert mich ja an der Stelle nicht. Das ist jetzt erst nur der Fall für die Atome, die keine Gleichheit sind. Und ich möchte jetzt zeigen, dass für so eine Formel f, die nur aus einem Atom besteht, die Behauptung gilt. Warum gilt die? Naja, ich sage, die gilt ganz allgemein deshalb, weil für beliebige Elemente delta 1 bis delta n aus j gilt, ein Tupel ist, aus diesen Deltas, ist in der Interpretation von p unter j, genau dann, wenn das entsprechende Tupel an Äquivalenzklassen für die Deltas in der Interpretation von p unter i sich findet. Und das gilt für alle Deltas, ja, insbesondere auch für die Deltas, die ich bekommen würde, wenn ich diese Terme interpretiere. Ja, wenn das Konstanten sind, dann muss ich sie mit j oder mit i interpretieren. Wenn es Variablen sind, muss ich sie mit z oder z' interpretieren. Aber egal, ob es Konstanten oder Variablen sind, es ist immer so, dass auf der einen Seite ein Delta herauskommt mit j und auf der anderen Seite dann eine Äquivalenzklasse für das entsprechende Delta steht. Können Sie nochmal nachschlagen, so hatten wir es definiert bei Konstanten und so hatten wir es auch bei z' definiert. Okay, das heißt also, wenn das hier für alle Delta gilt, dann gilt es auch für die, die ich hier als Interpretation erhalte und dann weise ich die Formel, dass hier dieser Ausdruck sagt ja, dass ein bestimmtes Atom vielleicht wahr ist unter j und hier dieser Ausdruck sagt dann, dass das entsprechende Atom auch unter i wahr ist und das ist das, was wir hier zeigen wollen. Okay, ich behaupte also, dass das gilt und das ist eigentlich relativ offensichtlich, die eine Richtung ist ziemlich klar, wenn wir so ein Tupel von Deltas in j finden, dann finden wir dieses entsprechende Tupel in i. Naja, das war einfach unsere Definition von i. So hatten wir i definiert. Wir hatten gesagt, die Tupel, die in pi sind, sind genau die Äquivalenzklassen von Tupeln, die in pj sind. Also gut, das hatten wir so aufgeschrieben. Wie ist es mit der Rückrichtung? Jetzt könnte man vielleicht, wenn man ein bisschen unachtsam ist, an der Stelle denken, ja, das sind doch beide Richtungen. Die Definition war doch so. Ich habe gesagt, das sind die Tupel, die ich in j habe, sind genau die Tupel, die ich in i habe, nur dass in i nochmal Äquivalenzklassen drumherum stehen. Das ist doch eigentlich genau die Behauptung. Aber so leicht ist es hier natürlich nicht, denn wir wissen ja, Äquivalenzklassen kann man mit verschiedenen Repräsentanten darstellen. Also hier steht ein Delta 1, aber da könnte vielleicht auch ein Delta 1' stehen, ein anderes Element. Und das wäre immer noch die gleiche Menge, wäre die gleiche Äquivalenzklasse. Aber es könnte ja jetzt sein, dass zwar für Delta 1 dieses Tupel in pj ist, aber für Delta 1' nicht in pj ist. Dann würde die Rückrichtung gerade nicht gelten. Die Vorwärtsrichtung würde trotzdem gelten. Also für die Fälle, wo es in pj ist, finden wir auch die Äquivalenzklassen. Aber wenn die Äquivalenzklassen noch andere Repräsentanten haben, könnten wir die hier verwenden und dann schauen, ist denn dieses Urbild sozusagen des Tupels in j gewesen. Und dann vielleicht feststellen, ups, wenn ich hier das Delta 1 durch etwas Gleiches ersetze, dann ist es eben nicht mehr, war es hier gar nicht, war da gar kein Tupel in j. Das war nur eines der anderen Tupel, die man hier als Repräsentant kriegen kann in j. Könnte das passieren? Naja, es steht schon hier. Es kann nicht passieren natürlich, weil ja j die Gleichheitstheorie erfüllt. Das heißt insbesondere auch die Konkurrenz. Das heißt, wenn wir irgendetwas Gleiches mit etwas anderem, was ihm gleicht, ersetzen, dann muss das Tupel immer noch hier drin sein. Das sichert die Konkurrenzrelation, das sichern unsere Ersetzungsregeln, die wir eingeführt haben. Man darf Gleiches durch Gleiches ersetzen. Und das heißt, immer dann, wenn ich hier einen anderen Repräsentanten finde für eine Äquivalenzklasse, dann ist das natürlich ein anderes Element, was dem ersten gleicht. Aber wenn es dem ersten gleicht, dann wissen wir wegen der Ersetzungsregel, dass es auch ein passendes, ersetztes Tupel auf der j.seite gibt. Und damit ist sicher, dass auch die Rückrichtung geht. Okay, gut. Sind Sie noch dabei? Also, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben also erst soweit geschafft, dass wir zunächst einmal eine allgemeine Idee hatten, wie wir durch Verschmelzen eine Interpretation für die Originaltheorie kriegen. Wir haben dann gesagt, ja, zeigen, dass die Originaltheorie das erfüllt, ist nicht so leicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter ausholen. Wir müssen ganz allgemein für alle Formeln zeigen, dass das Verschmelzen die Erfüllbarkeit erhält unter diesen konstruierten Theorien mit variablen Zuweisungen. Und beim Zeigen für alle Formeln sind wir jetzt soweit gekommen, dass wir es zumindest mal für die atomaren Formeln gezeigt haben. Okay, da stecken wir gerade im Beweis. Wir haben es auch noch nicht für alle atomaren Formeln gezeigt. Es gibt natürlich noch den Fall, dass das Prädikat die Gleichheit ist. Aber wenn wir hier Gleichheit stehen haben, also wenn hier steht, wenn f einfach eine atomare Formel bei der Form T1 gleich T2 ist, wird sie in der Ersetzung zu EQ T1, T2. Und ich sage, da gilt die Behauptung ebenfalls, ja, weil natürlich, wenn zwei Dinge in EQ sich befinden, also in der EQ-Relation stehen, die in J gilt, dann haben sie die gleiche Äquivalenzklasse für EQ J und dann heißt das, sie sind identisch auf der I-Seite. Ja, das heißt also, die Dinge, die auf der I-Seite identisch sind, sind genau die Dinge, die auf der J-Seite die gleiche Äquivalenzklasse haben. Und damit gilt das für Atome mit Gleichheit auch. Okay, das ist der Induktionsanfang. Wir haben zwei Arten von atomaren Formeln und für beide gilt diese Behauptung. Okay, wie geht es weiter mit der Induktion? Naja, ich hatte gesagt, wir wollen die kleinen Formeln am Anfang haben und aus denen dann Beweise für größere Formeln konstruieren. Bisher haben wir nur Beweise für kleine Formeln. Wie können wir jetzt zu größeren Formeln vordringen? Und davon ist die Idee einfach, dass man sich an der Struktur der Formeln orientiert. Also das heißt, dass man für jede Art von Operator ein eigenes Argument gibt und versucht zu zeigen, dass also wenn ich zwei Formeln habe, sagen wir mal zwei Atome, dafür haben wir es ja gerade gezeigt, wir haben zwei Atome und wir setzen die beiden mit Operatoren zusammen, zum Beispiel mit einer Konjunktion, dass dann eine Formel entsteht, für die die Eigenschaft, die Bedingung auch noch gilt. Und das können wir schrittweise so weitermachen, bis wir immer größere Formeln konstruiert haben, für die diese Behauptungen gilt und wir sehen leicht dann, dass man alle Formeln auf die Art konstruieren kann und dadurch H-Stat für alle gezeigt. Okay, gut. Machen wir das mal. Induktionsannahme. Ich nehme an, die Behauptung gilt schon für zwei Formeln G und H. Also statt F würde ich hier einmal G stehen haben und einmal H und das soll jeweils schon gelten. Das ist meine Induktionsannahme. IA. Manchmal auch Induktionsvoraussetzung genannt. Also Induktionsannahme. Wir haben diese Formeln G und H und wie schon gesagt, am Anfang wären das vielleicht Atome, denn für die haben wir es ja auf jeden Fall schon gezeigt. Dafür gilt die Behauptung. Das wissen wir. Dann möchte ich jetzt als Induktionsschritt zeigen, dass es auch für die Konjunktion von G und H gilt. Ich betrachte also den Fall, dass F, wie das hier oben, das F, für das ich es zeigen will, habe die Formen G und H. Dann können wir die Wahrheit dieser Behauptung im Prinzip einfach ausrechnen. Ja, Kalkulemus, wie Leibniz gesagt hat. Also, wir gehen einfach von der linken Seite her los und setzen dort unser F, was jetzt G und H ist, in die Behauptung oder in das, was dort steht, ein. Das ist also die linke Seite ausgeschrieben. I und Z zusammen erfüllen G und H, wobei ich EQ ersetze durch Einsätze für die echte Gleichheit. Ja, die echte Gleichheit ersetze ich durch EQ. Wann gilt das? Das gilt jetzt, behaupte ich, genau dann, wenn I und Z einerseits G mit der EQ-Ersetzung und andererseits H mit der EQ-Ersetzung erfüllen. Wie komme ich dazu, das zu behaupten? Naja, das ist einfach die Bedeutung von Konjunktion. Ja, eine Konjunktion gilt, wenn beide Seiten gelten und die EQ-Übersetzung macht natürlich nichts auf dem Und, die macht nur etwas in G und H. Das heißt, wenn ich es jetzt noch ausführlicher hätte machen wollen, hätte ich vielleicht schreiben sollen als Zwischenschritt. Ich habe zunächst einmal die Konjunktion aus G mit EQ-Ersetzung und Zeichen H mit EQ-Ersetzung. Die wird erfüllt. Und wenn ich die Konjunktion aus diesen beiden G-EQ und H-EQ habe, dann kann ich sie zerlegen in dieser Aussage hier. Es muss einerseits G-EQ gelten, andererseits H-EQ. Okay, gut. Also das ist die Semantik der Konjunktion. Und Sie sehen jetzt, wohin das führt. Jetzt haben wir natürlich hier zwei Aussagen stehen. Und die eine bezieht sich auf G und die andere auf H. Und da haben wir doch was. Da haben wir doch unsere Induktionsannahme, die sagt, für G und für H gilt das schon. Das heißt, wenn ich diese linke Seite für G und für H habe, dann ist das äquivalent zur rechten Seite. Das heißt, das gilt genau dann, wenn, laut Induktionsannahme, das gilt genau dann, wenn I, also die verschmolzene Interpretation mit der verschmolzenen Variablenzuweisung G und eben auch H erfüllt. Okay, und naja, wenn das beides erfüllt ist, G und H, dann gilt sicherlich auch die Konjunktion G und H. Das ist wieder die Bedeutung von Konjunktion einfach ausgeschrieben. Okay, Sie sehen also ganz langsame Schritte im Prinzip, alles nur ausgerechnet der Reihe nach, wie es kommt. Und wenn man aber von einem Ende zum anderen liest, dann haben wir gezeigt, G und H mit Aussetzung, genau dann, wenn G und H ohne Aussetzung erfüllt werden durch die entsprechenden Bestimmungsstücke. Okay, auf diese Art haben wir also gezeigt, die Wahrheit dieser Behauptung lässt sich von zwei Formeln auf ihre Konjunktion hochziehen. Und genauso können wir das Ganze auch auf alle anderen Buhl'schen Operatoren hochziehen. Das können Sie gern mal zur Übung machen. Das ist wirklich genau das gleiche Schema, ziemlich einfach, entsprechend der Definition. Sie müssen nur den Operator, der hier benutzt wird, auf äußerster Ebene irgendwie so abtrennen, dass die Eigenschaft, über die Sie sprechen, auf G oder auf H runtergebrochen werden kann. Wenn Sie das geschafft haben, wenden Sie die Induktionsannahme an und dann setzen Sie es wieder zusammen, dass Sie wieder die Gesamtaussage kriegen. So funktioniert dieser Beweis. Okay, das heißt also, damit wissen wir schon, für alle Buhl'schen Operatoren kann man diesen Satz hochziehen. Und was uns noch fehlt, sind die Quantoren. Da ist die Argumentation ein kleines wenig anders. Da zeige ich die nochmal ausführlich. Betrachten wir mal den Existenzquantoren. Wir nehmen an, F hat die Form, es existiert ein X, sodass G gilt. Dann fange ich wieder links an. I, Z erfüllt diese Formel mit der Gleichheitsersetzung. Genau dann, wenn, und jetzt schreibe ich aus, was es bedeutet, ein Existenzquantor zu erfüllen. Das ist einfach die Definition. Genau dann, wenn, also J mit Z und der neuen Ersetzung X wird zu Delta den inneren Teil G, E, Q erfüllt für ein beliebiges Delta in der Domäne von J. Okay, das heißt, das ist schon mal ganz gut. Ich habe jetzt also eine Aussage über G, E, Q. Das ist ja schon ganz nah an Induktionsbehauptung anwenden. Aber was ist hier vorne? Da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ich habe hier hinten natürlich noch das Delta stehen. Da müssen wir auch noch gleich dran arbeiten. Zunächst einmal sage ich, tatsächlich kann man hier die Induktionsannahme schon anwenden. Also, das heißt, ich komme von G, E, Q zu dem normalen G und von, während ich von J zu I komme und von Z zu Z' und, nicht vergessen, von X nach Delta zu X nach Äquivalenzklasse von Delta. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wieso kann da hier die Induktionsvoraussetzung annehmen? Hier oben habe ich doch irgendwas von I und Z geschrieben, von J und Z geschrieben. Und jetzt steht hier J, Z und diese komische Extrasetzung. Wieso kann man da auch die Induktionsannahme drauf anwenden? Naja, ganz einfach. Die Behauptung, die wir hier annehmen, gilt ja für beliebige Z. Und dieser Teil hier, Z mit X ersetzt durch Delta, ist ja auch nur wieder eine Zuweisung. Ich habe einfach die Zuweisung Z so modifiziert, dass sie X jetzt nach Delta abbildet, unabhängig davon, was ich vorher mit dem X vielleicht gemacht habe. Das heißt also, dieses Ding hier mit den eckigen Klammern ist einfach nur eine Zuweisung. Und dieses Ding hier, ebenfalls mit den eckigen Klammern, ist dann die Strichversion dieser Zuweisung. Z wird zu Z'', das ist klar. Und wenn ich diesen hinteren Teil strichen will, sozusagen, dann muss ich letztlich nur hier die Äquivalenzklasse einsetzen. Also deshalb darf ich die Induktionsannahme hier anwenden, weil das einfach nur irgendein Z ist. Ich habe es nur auf eine seltsame Art geschrieben. Okay, das heißt, ich bin jetzt schon mal auf der i-Seite. Schöne Sache. Ich habe mein g anstatt das g eq. Gleichheit ist schon im Spiel. Ich habe schon alle Dinge verschmolzen. Wunderbar. Aber hier hinten steht immer noch für ein Delta-Element der Domäne von j. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich möchte ja jetzt natürlich gern wieder den Existenzquanto herstellen auf der i-Seite. Aber der Existenzquanto ist natürlich nicht so definiert, dass ich mich auf ein Delta in der Domäne von j beziehe, sondern ich muss mich irgendwie auf was in i beziehen. Das heißt, was ich eigentlich brauche, ist diese Form hier. Also ich muss da stehen haben, für eine Äquivalenzklasse von Delta. Also das ist ja ein Element von der Domäne von j. Ja, also ich muss hier auf das Element Bezug nehmen und nicht auf den Bezeichner der Äquivalenzklasse, die das Element darstellt. Das hätte ich also gerne. Und ja, man kann sich leicht überlegen, dass ich das auch haben darf. Ja, also eine Äquivalenzklasse zu wählen für ein beliebiges Delta in der Domäne von j ist das gleiche, als würde man ein beliebiges Element aus der Domäne von i wählen. Das ist die gleiche Grundmenge, über der ich da auswähle. Das kann man sich leicht überlegen. Also es ist egal, ob ich das Delta, den Vertreter wähle oder gleich die Klasse. Okay, es ist in jedem Fall die gleiche Auswahl an Elementen, die hier vorkommen können, um dieses g zu erfüllen. Okay, und damit habe ich jetzt die Form, die ich eigentlich brauche. Also i erfüllt mit einer abgewandelten Variablenzuweisung für irgendein Element seiner Domäne die Formel g. Das heißt, ich könnte genauso gut schreiben, i erfüllt mit der Variablenzuweisung, es existiert ein x, sodass g geht. Und damit habe ich wieder von Anfang zu Ende die Umformung gemacht. War ein bisschen länger, aber ich habe es auch wirklich in sehr kleinen Schritten erklärt. Ich hoffe, ja, ich langweise nicht zu sehr mit der langen Erklärung. Und Sie sehen das vielleicht schon die ganze Zeit, aber okay, Sie können es trotzdem nochmal mit nachvollziehen. Manchmal, was ich auch sehe, gerade bei Studenten, die es leicht durchschauen, ist, dass man oft intuitiv schnell versteht, warum etwas gilt, aber Schwierigkeiten damit hat, explizit zu machen, wieso man das versteht. Ja, also man hat oft keinen besonders guten Zugriff auf seine eigene Einsicht und weiß nicht so richtig, wieso ist mir das eigentlich so klar. Und es ist dann manchmal überraschend zu sehen, wie viele kleine Schritte es wirklich bedarf, um das Ganze lückenlos darzustellen. Insofern also hoffentlich trotzdem eine gute Übung, auch wenn Sie es vorher schon gesehen haben. Okay, und hier wieder der Alquantor ist analog. Ja, genau der gleiche Beweis. Sie ersetzen einfach den Existenz durch den Alquantor und überall, wo hier für einen steht, schreiben Sie für alle. Alles andere geht genauso durch wie gerade eben. Ja, also wirklich völlig analog. Gut, okay, damit haben wir Induktionsschritte und jetzt steht hier eine kleine Box und damit bin ich fertig. Hä? Wieso ist das? Naja, das fließt die Induktion ab. Jetzt habe ich gezeigt, dass egal, wie ich eine Formel konstruiere, egal, ob ich einen Buchenoperator nehme oder einen Quantor davor setze, In jedem Fall bleibt die Eigenschaft, dass nämlich das hier oben gilt, für beliebige Zuweisungen mit meinem konkreten J und dem daraus konstruierten konkreten I, diese Eigenschaft der Erfüllbarkeitsäquivalenz bleibt erhalten. Und ja, weil das unter beliebigen Operatoren und Quantoren erhalten bleibt, weiß ich, dass jede konkrete Formel F, egal wie die noch aussehen mag, die Eigenschaft hat, weil sie ja letztlich nur durch Zusammensetzung dieser Schritte konstruiert ist. Und ich hatte am Anfang gesagt, das ist wie ein Algorithmus, der den Beweis konstruiert. Ja, Sie können im Prinzip dahin auch rückwärts gehen, das rekursiv betreiben. Wenn Sie irgendeine, wenn ich Ihnen eine beliebige Formel gebe und sage, ja, beweisen Sie jetzt mal mit Ihrem Beweis hier, dass für diese beliebige Formel diese Behauptung hier gilt, dann schauen Sie sich einfach die Formel an. Was ist das für eine Art von Formel? Auf der obersten Ebene muss ja irgendwas stehen. Zum Beispiel eine Konjunktion. Wenn es eine Konjunktion ist, dann sagen Sie, ja, ich beweise das, indem ich Ihnen mal das hier beweise. Ja, okay. Und dann sage ich, ja, wie kommen Sie darauf, dass Sie diesen Teil hier durch diesen ersetzen können, wo hier IA steht? Naja, dann sagen Sie, das ist, weil die Bedingung für G und für H gilt. Dann sage ich, na, beweisen Sie das mal. Und dann gucken Sie sich die Struktur von G an, das ist vielleicht ein Existenzquantor, und sagen, ja, der Beweis für G, das ist dieser hier, der sagt, also, ja, muss man jetzt natürlich ein anderes G uns vorstellen, wenn da hier der Existenzquantor schon drin sein sollte. Also für die Formel, für die Teilformel G, muss ich dann diesen Beweis hier, diese Argumentation verwenden, um wieder zum nächst kleineren zu kommen. Und da ist vielleicht dann ein Atom drin, dann muss ich auf die hohe Gefolie schauen und dort steht der Beweis für die Atome. Okay. Das kann natürlich relativ lang gehen, aber egal, wie lang es geht, es wird immer am Ende ein vollständiger Beweis sich so konstruieren lassen. Das heißt, das ist wirklich, was ich hier auf den zwei Folien habe, könnte man ein Programm schreiben, was für jede beliebige Formel einen langen, ziemlich langweilig zu lesenden Beweis ausgibt, der genau festlegt, wie man vom untersten her dahin kommt, dass man die Korrektheit dieser Aussage beweisen kann. Okay. Und deshalb steht hier das Kästchen, aber nicht nur deshalb, weil wir das jetzt für die beliebige Formeln F bewiesen haben, sondern auch, weil das unseren Gesamtbeweis der Rückrichtung hier abschließt. In dem Moment, wo ich es für beliebige Formeln F bewiesen habe, habe ich es auch für beliebige Sätze bewiesen. Damit habe ich es für beliebige Theorien bewiesen. Damit habe ich es insbesondere für meine Theorie T bewiesen. Und das ist das, was ich ursprünglich zeigen wollte. Fertig. Okay. Also damit ist der ganze Satz hier gezeigt. Okay. Das war ziemlich länglich. Sie können es sich gerne noch mal anschauen, wenn Sie es nur, wenn Sie in der Mitte irgendwie ein bisschen den Erzählkaden verloren haben sollten bei dieser ausführlichen Erklärung, die ich jetzt hier mir erlaubt habe. Ich möchte noch eine kurze Bemerkung machen zur strukturellen Induktion. Das, was wir gerade gemacht haben, war also ein Induktionsbeweis, aber eben keine Induktion, wie Sie sie klassisch kennen. Klassische Induktion, vollständige Induktion über natürlichen Zahlen. Das kennen Sie. Funktioniert so. Man sagt, ist E eine Eigenschaft? So, das gilt. Erstens, die Zahl 0 hat die Eigenschaft E und zweitens, eine natürliche Zahl N größer 0 hat E, falls Ihr Vorgänger N minus 1 E hat. Dann weiß ich, alle natürlichen Zahlen haben die Eigenschaft E. Das ist Induktion. Ich muss nur 1 und 2 zeigen, dann habe ich es für alle gezeigt. Strukturelle Induktion ist ganz analog, ist E eine Eigenschaft, so das gilt. Erstens, atomare Formeln haben E, das ist unsere 0, da fangen wir an. Zweitens, eine nicht atomare Formel F hat E, falls Ihre maximalen echten Teilformeln E haben. Das ist sozusagen der Vorgänger, nur dass wir jetzt mehrere Vorgänger haben, je nachdem, ob wir mit Konjunktion oder mit Disjunktion oder mit Negation oder mit Quantoren die Formel gebildet haben. Wenn uns das also gelingt, das wird es diesen Punkt 2 für alle Fälle zeigen, für alle Arten von Formelkonstruktionen, dann wissen wir, alle Formeln haben die Eigenschaft E. Ganz genau analog, und das geht in der Mathematik natürlich als Beweismethode für alle möglichen Strukturen durch. Formeln sind einfach nur eine zusammengesetzte Struktur. Wie gesagt, in der Informatik arbeiten wir ständig mit zusammengesetzten Strukturen, ja in fast allen Programmen, wenn Sie objektorientiert programmieren, wenn Sie komplexe Strukturen haben, schachteln Sie die auch irgendwie und manchmal rekursiv. Und wenn man also über alle denkbaren Strukturen irgendetwas zeigen will, dann macht man das mit struktureller Induktion. Ja, okay. Damit lässt sich also ein Beweis angeben, nicht nur in der Logik, sondern auch in allen möglichen anderen Disziplinen. Ist also ganz praktisch, das zu kennen. Okay, gut. Aber wie gesagt, eigentlich ein ganz einfaches Verfahren, aber es ist schon gut, ist zumindest, wenn man es noch nicht so gut beherrscht, explizit zu machen, auch die verschiedenen Teile, Induktionsannahme, Induktionsbeginn, Induktionsschritt und so weiter, aufzuschreiben, einzeln damit ganz klar ist, wie man die Technik anwendet. Wenn man dann ein bisschen mehr Routine hat, dann kürzt man sowas auch gerne ab. Also wir benutzen das, wie gesagt, ständig, wenn wir über irgendwelche syntaktischen Strukturen in der Informatik Eigenschaften zeigen wollen. Okay, strukturelle Induktion und zum Abschluss noch eine kleine Logelei. Sie erinnern sich an die Insel der Wahrheitssager und Lügner. Also alle Menschen dort sagen entweder immer die Wahrheit oder lügen immer. Ein Einwohner verkündet, was ich jetzt sage, das habe ich schon einmal gesagt. Welchen Typ hat er? Und mit diesem Rätsel beende ich dieses Video. Beim nächsten Mal wollen wir uns weiter in Richtung logisches Schließen bewegen und die Frage stellen, wie schwer ist das überhaupt und dann auch sehen, wie kann man das vielleicht algorithmisch angehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss.